So, was haben wir hier? Oh, ho, ho, ho. Na, warte, nein, nein. Jetzt. So. Jetzt wäre ich das Ding. Und hopp. Schön. Schön eingefroren habe ich das. Ah, habe ich das fein gemacht. Hat der Prinz das fein gemacht? Ach, war der gut da. So. Und hopp. Schön. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt wird es unangenehm. Sag ich euch. Hoppa. Schön. Habe ich gut geschafft. Och, ist das eine schicke Grafik für einen Sidescroller, ey. Muss ich mal sagen. Und hoppa. So, und jetzt aufladen. Und dann tue ich dir weh. Und nochmal aufladen. Und dann tue ich dir weh. Nein, tue ich nicht. Aber dir. Ach, das ist ja der. Okay, dann tue ich dem gleichen weh. Oh, nein. Au, tu mir doch nix. Das ist doch unfair. Das ist doch... Sind wir hier im Gefängnis von Amerika, wo jeder mal jedem hinten rein darf? Oder was? Oh, ey. Und dann immer mehrere Glei auf einen. Ja, Gangbang hier. Ich glaub auch. Ich töte dich. Wie immer. Oh, ich hab den besseren Schlag als du. Als wie du. Ich mag meinen aufgeladenen Schlag. Muss ich sagen. Ich eher. Ja. Hab dich getroffen. So. Autsch. Ich tu dir was. Ich tu dir so richtig was. Ich tu dir weh, Alter. Zack. Hehehe. Ich kann da hoch, hoch. So, wo sind wir jetzt? Sag mir nicht, wir sind durch das Level durch. Beziehungsweise ich bin's. Sag mir nicht, das Spiel hat sich aufgehangen. Och, nö. Ich hasse sowas. Ja, mal gucken, was passiert ist. Ich werd mich demnächst wieder melden. Ich sag mal so, ich hasse es wirklich, dass dieses Spiel anscheinend so schlecht mit meinem Remote Joy auskommt, dass ich, keine Ahnung, immer wieder mal neu starten muss. Zum Glück ist es nur... Also, äh, zum Glück hat das Spiel eine Funktion, mit der es... Mano. Och, nö, 140. Äh. Hol ich... Ja, ja, eigentlich schon. Was wird das? Oh, oh. Ich will daneben. Ich will daneben. Ich, ich kann da nicht daneben. Scheiße. Also, frie ich erst mal das ein. Dann passiert mir da nichts. Zack. Zack. Autsch. Egal. Zack. Haha. Durch. Ja, schön. Haha, schön gemacht. Einfach durchgelatscht. Ja. So. Boah. Großes Feld. Natürlich müssen da wieder Gegner kommen. Bounce. Und hoch. Hab dich getödelt. Hab dich nicht getödelt. Noch nicht ganz, meine ich. Und schmeißen. Und töteln. Was war das? Ah, ich hab... Ich krieg von denen Leben. Seit wann krieg ich Lebensenergie von meinen Gegnern? Ja, jetzt hab ich euch getötet. Was wird das denn? Was soll der Kack? Muss ich die Tür erst aufmachen? Aha. Aha. Und ich darf wieder trinken. Was wollen wir trinken? Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Ja. So. Und... Boah. Wie hoch wollen wir springen? Bis zum Ende des Let's Plays. Wie hoch wollen wir springen? Und da ist was zum runterdrücken. Und was ist es? Was macht es? Es macht die Tür auf. Und ich wette, ich muss schnell sein. Und zack. Und zack. Und zack. Und drunter durch. Hey, das ist ja voll fies. Nur fallen hier. Oh, erst falle ich runter. Dann falle ich noch weiter runter. Und dann kommt... Äh, was ist das? Oh, es ist ein... großer Gegner. Ah, ich kann auch damit nicht sowas machen. Sondern ich muss... Au! Mann, hat der ein großes Ding! Was zum? Haha. Kann ich ihn töten? Geht es? Es geht. Haha! Ich töte ihn. Brauns! Das war's schon. Jaja. Was auch immer. Oh! Das hätte wehtun können. Jetzt muss ich hier hoch. Okay. Hier ist zumindest Gras... Äh... Bewuchs. Irgendein Bewuchs. Was zum? Ah nein, der schießt wieder auf mich. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst vor diesen Schüssen. Hm. Oh, ich hab so viel Angst, dass ich schon gehen muss. Oh, ich hab so viel Angst, dass ich schon gehen muss. Oh. Und jetzt renne ich hier rüber. Und dann... Renne ich weiter rüber. Und dann will der mich treffen. Und... Ja, los. Werd wütend auf mich. Oder werd vereist. Ist mir egal. Und hoch. Oh, hab ich das geschafft, ey. Was? Ja, es... Pfeile können mich nicht stoppen. Und... Insults, was auch immer das jetzt nochmal... ...war. Was haben wir denn hier? Oh, cool. Ich geh trotzdem mal unten lang. Beziehungsweise noch weiter oben lang. Für den Fall, dass da noch... Hey! Oh, ich vergesse immer. Das ist nicht Assassin's Creed. Hier ist es so... Absa. Hä? Geil! Moment. Beschleunigen? Nein. Den da beschleunigen. Hihihi. Die Pfeile in der Luft. Hihihi. Ich komm hier durch. Ist das langweilig? Da ist nix. Okay, dann... Dann werd ich jetzt doch mal zurückgehen. Ich werd das andere nochmal angucken. Ich hab ja Zeit. Oh, schon wieder Pfeile in der Luft. So, jetzt hier hoch. Boing, boing, hui. Ich wette, irgendwas ist da am Ende. Boah, wie hat er das nur gemacht? Er ist so überkrass. Und der Übermeister... von Übermeisterhausen. Ab nach unten! Nö, da ist nix weiter. Okay, dann kann ich wieder trinken. Und dann kann ich mich sogar auffüllen. Äh, upgraden. Na, ich werd mich nur upgraden. Das Trinken, das scheint mir jetzt nicht so wichtig zu sein. So, was haben wir hier? Okay. Was kann ich jetzt? Aha, aha. Ah, cool. Ich werd... Ich hab jetzt so'n, so'n, so'n Wandsprung. Wenn ich an einer Wand bin. Hä? Naja, wie auch immer. Achso. Ich wette, ich muss da gar nicht hoch. Muss ich auch nicht. Ich muss dieses Ding beschleunigen, damit... Es... Es... Nö, doch nicht. Doch, jetztse. Ha. Wusste ich's doch. Öpa. Schön. So. Aua! Das war aber nicht so geplant. Das hat weh getan. Nee, verdammt. Au! Nein! Das war nicht gut. Okay, dann noch mal. Na los, drück es runter. Du willst es doch auch. So. Und hopp. Ah, da hinten ist ja noch so'n Ding. Das hab ich gar nicht gesehen. Damit drück ich gleich die Wand weg. Und sie wird mich treffen. Und sie wird mich zerquetschen. Nö, doch nicht. Ah, schlimm sowas immer. Was war das? Keine Ahnung, was es war, aber es macht die Tür auf. Schön. Und was haben wir hier wieder? Sand. Wir haben überall Sand. Also... Sand ist überall, gewöhnen sie sich dran. Ups. Hä? 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 Ach nein, ich kann... Ich kann... Aha. Ganz einfach. Locker, leicht und flockig. Rutsch. So. Jetzt kann ich das nach unten schieben und dann ist das weg. Wozu? Ah, dazu! Eine der Türen ist... Äh, eins der Schlösser ist weg. Nein! Ah, das geht doch. Nein, nicht so. Äh, nein. Ah, falsch rum. Mann. Nein, nicht das Ding. So. Das da soll das da schieben. Rutsch. Schön. Und jetzt soll das runtergedrückt werden. Ja, jetzt kennen wir das Ganze. Prinzip. Prinz-Ib. Das Prinz-Ib. Mhm. Von Prinz, wie auch immer er nochmal hieß. Na komm. Und jetzt schieb, 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 schieb. Doch schön. Sehr schön. Ach so. Und das noch runter und... Ey! Das sollte jetzt so nicht passieren. So. Jetzt so soll's passieren. Ganz runter. Ganz runter.